Das Rohlsiegel ist erstmals zwischen 3200 und 3100 v. chr. in der sumerischen Uaruki-V-Schicht belegt und wurde ohne direkte Übergangsformen als neue Idee eingeführt. Es stellt eine Sonderform der Glyptik und Sphagistik dar und verdrängte für etwa 2300 Jahre fast vollständig das in Mesopotamien seit dem 6. Jahrtausend v. chr. Benutzte Stempelsiegel, Ikonografie und Chronologie Vorderer Orient Rohlsiegel waren zumeist 2-8 cm lange 1-2 cm dicke Zylinder, die innen meist durchbohrt und somit hohl waren. Sie wurden vom Besitzer an einem Band oder einer Kette getragen. Im Normalfall waren die Siegel aus Stein oder Schmuckstein geschnitten. Nahezu alle Rohlsiegel waren in Italio-Technik gearbeitet, das heißt, dass die Darstellung vertieft gearbeitet wurde und der Abdruck so im Hochrelief erscheint. Für Steingefäße benutzte man möglicherweise ebenfalls seit der frühen Mittelrugzeitholbohrer. Der Abfall aus solchen Arbeitsgängen ist ein kleiner, zylindrischer Steinkern. Rohlsiegel wurden auch auf Zypern und in Lateinamerika gefunden. Die Motive auf den Siegeln waren umlaufende Bilder, manchmal auch mit in Schriften versehen. Die Siegel wurden in weichem Ton abgerollt und konnten ein fortlaufendes Band von immer demselben Motiv wiedergeben. Im Allgemeinen wurden Verschlüsse von Krügen, Tonplomben oder Urkunden versiegelt. Die Siegelabdrücke waren individuell gestaltete Bilder, die hohen Wiedererkennungswert hatten. Zunächst waren die Siegel an einen Funktionsträger gebunden, später waren Rohlsiegel unter freien Mesopotamien weit verbreitet. Zumeist können Siegel einzelnen Personen zugewiesen werden, selten hatte eine Person mehrere Siegel. Allerdings gab es sogar Siegel, die vererbt wurden. Es ist sogar bekannt, dass Siegel verliehen wurden oder dass Gottheitensiegel besaßen. Motive der Rohlsiegel waren zum Teil nur ornamentalisch, aber auch Jagdszenen, Feldarbeitszenen, Kultzenen und mythologische Szenen. Schon in der ersten Hälfte des 3. Jahrtausends v. Chr. gab es einen reichen Formenschatz, der zuerst vor allem Tierdarstellungen umfasste. In der frühdynastischen Zeit wandelten sich die Figuren zu abstrakteren Formen. In der AK-Zeit waren die Darstellungen durch Realismus klare und tief gravierte Bilder gekennzeichnet. Tier- und Menschengruppen wurden dargestellt, häufig auch Szenen, in denen die Einführung von Adoranten zu ihrem Schutzgott gezeigt werden. Größere Motivänderungen gab es erst wieder in der späten kassitischen Zeit am Ende des 2. Jahrtausend v. Chr. als Symbole und abstrakte Motive, die häufig legendäre Situationen darstellten, die Oberhand gewannen. Als Höhepunkt der Rollsiegelkunst gilt die mittelassyrische Zeit. Tiere und Mischwesen waren hier die vorherrschenden Motive. In neuassyrischer und neubabylonischer Zeit waren wieder symbolhaftere Szenenton angebend. Als ein weiterer Höhepunkt in der Siegelkunst wird die achemenidische Zeit angesehen. Allerdings wurden die Siegel hier in erster Linie nur noch von Beamten und Behörden genutzt. In pathischer Zeit um die Zeitenwende endete die Verwendung der Rollsiegel. Die Assyrer lösten im 9. Jahrhundert v. Chr. eine Renaissance der Stempelsiegel aus, die nun wiederum die Rollsiegel im Gebrauch zurückdrängten. Da die Motive der Siegel in den verschiedenen Jahrhunderten immer wieder wechselten, wurden die Rollsiegel zu einer der wichtigsten Datierungshilfen in der vorderasiatischen Archäologie. Neben der Funktion als Siegel waren die Rollsiegel oft auch Amulette. Hier war auch der verwendete Stein von Bedeutung, dem bestimmte Funktionen zugeschrieben wurden. Auch als im 19. Jahrhundert im Zuge der archäologischen Grabungen Rollsiegel nach Europa kamen, war es eine Zeitlang Mode, dass Frauen sich mit diesen schmückten. Rollsiegel wurden im alten Ägypten erstmals unmittelbar vor der 1. Dynastie eingeführt und etwa 1000 Jahre bis zum Beginn des Mittleren Reiches benutzt. Etwa zu diesem Zeitpunkt tauchten die neuen Skarabäen in der Verwaltung auf, die in der Folgezeit die Rollsiegel verdrängten. Anfangs überliefern die altegyptischen Rollsiegel die Namen von Verwaltungsinstitutionen, von Beamten und von Königen. Im alten Reich scheint die Herstellung von Rollsiegeln königliches Monopol geworden zu sein. In dieser Zeit verschwinden Beamtennamen von den Siegeln und sie nennen nur noch Verwaltungsinstitutionen, Ämter oder den Namen des Königs. Der Fund zahlreicher Siegelabrollungen in Grabanlagen und Ansiedlungsplätzen zeigt, dass sie ein wichtiger Teil der Verwaltung waren. ... ... ... ...